hallo und herzlich willkommen bei mommymade ich bin die sarah und hier auf dem kanal gibt es jede woche ein neues video aus den bereichen nähen und do it yourself wenn das etwas ist woran ihr freude habt dann abonniert doch den kanal und aktiviert das kleine glöckchen dann informiert euch youtube wenn ich ein neues video hochladen und er verpasst nichts davon ich hatte es bereits angekündigt in den letzten shirt tags wir nehmen demnächst hier ein sommerkleid aus musselin musselin kennen die meisten von euch aus den bereichen spucktücher halstücher mittlerweile auch aber man kann aus diesem stoff natürlich auch noch ganz ganz viele andere tolle dinge nähen zum beispiel ein sommerkleid allerdings gibt es wie bei jeder stoffart bestimmte dinge zu beachten und damit das nachher gut geht wenn wir demnächst dieses sommerkleid nähen dachte ich schalte ich noch ein video vor in dem ich euch ein paar details über musselin mitgebe und euch sage worauf erachten müsst wenn ihr diese stoffart verarbeitet viel spaß musselin ist eine webware die sich dadurch auszeichnet dass die fäden relativ locker gewebt sind und dadurch sehr luftdurchlässig und flexibel charakteristisch ist dieses wellige erscheinungsbild diese krinkel optik wie man so schön sagt die vor allen dingen nach dem waschen entsteht also wenn ihr im handel etwas findet das so aussieht ruhig trotzdem mitnehmen nach dem waschen sieht das dann so aus wie ihr das von musselin kennt in deutschland erhalte die musselin in der regel in zweilagiger ausführung das heißt wenn ihr das hier an der seite so auseinander friemelt seht ihr dass das zwei lagen webstoff sind die punktuell an einigen stellen miteinander verbunden sind durch diese zweilagigkeit ist natürlich eine gewisse größere stabilität gewährleistet auch mehr blickdichte und durch die nur punktuelle verwebung der beiden lagen kann die luft dadurch zirkulieren musselin ist also unfassbar atmungsaktiv und damit perfekt für sommerkleidung geeignet apropos zwei lagen dann sind wir auch schon bei einem begriff der euch im zusammenhang mit dem kauf von musselin öfter man begegnen wird nämlich double gauze genau es heißt double gauze ist ein englischer begriff er heißt nicht gauze es heißt nicht gauze denn es ist nicht französisch das französische wort dafür ist gauze und gauze ist eine bezeichnung die sich auch in deutschsprachigen raum in der textilindustrie findet und gauze bezeichnet nichts anderes als mull wo kommt das her ähnlich wie musselin ursprünglich in zusammenhang mit der stadt mosul im irak steht und daraus im englischsprachigen raum über indien über die handelswege musselin wurde und dann im deutschsprachigen raum musselin kamen diese mull textilien ursprünglich aus der region um den gaza streifen und darauf wurde eben gas oder gauze so mull haben wir alle schon gehört wir verbinden das in der regel in deutschland mit mullwindeln aber ihr kennt wahrscheinlich auch mullbinden aus dem verbandskasten und diese typischen kompressen zum versorgen von wunden sind in der regel aus mull was ist jetzt der unterschied zwischen mull und musselin streng genommen die art der fäden die verwendet wird mull wird gewoben aus fäden die nicht verzwirnt sind also gar nicht verzwirnt dadurch ist die oberfläche der fäden größer und das gewebe ist in summe saugfähiger bei musselin werden die fäden verzwirnt zwar nur sehr sehr leicht also nicht so wie die verzwirnten fäden die ihr zum nähen an der nähmaschine zum beispiel benutzt oder wie wir sie bei anderer webware haben aber sie werden leicht verzwirnt dadurch reduziert sich die oberfläche und dadurch ist es ein wenig weniger saugfähig als mull im vergleich zu anderer webware ist musselin natürlich unfassbar saugfähig deshalb benutzen wir das ja auch alles gerne als spucktücher etc pp der vorteil des leichten verzwirnens im vergleich zum mullgewebe ist zum beispiel dass musselin dadurch einfach eine höhere formstabilität bietet als mull der sich doch sehr sehr leicht verzieht so die bezeichnung mit double gauze bedeutet also im endeffekt nichts anderes als zwei lagen mull ich würde mich jetzt mal relativ weit aus dem fenster lehnen und behaupten dass die bezeichnungen da auf dem deutschen markt nicht ganz sauber und ganz einheitlich sind ich würde behaupten dass in den allermeisten fällen in deutschen online shops die bezeichnung double gauze oder eben auch triple gauze für drei lagen vor allen dingen für musselin verwendet wird ganz ganz streng genommen müsste es da einen unterschied in der garn verarbeitung haben den man auch im material sehen würde weiß ich jetzt nicht ob das so ist wie gesagt online shops sind ja auch darauf angewiesen dass man die sachen findet deshalb werdet ihr bei bezeichnungen wo ihr musselin kauft musselin und double gauze vermutlich beides in der artikelbeschreibung und im namen finden lassen wir das einfach mal so stehen ihr wisst wo es herkommt diejenigen von euch die es interessiert die ganze thematik der sprachlichen herkunft der handwerklichen herkunft der handelswege ich habe euch ein paar links in die infobox gepackt so was es dank dieser zweilagigkeit bei musselin auch relativ häufig gibt ist double face material also zwei gesichter zwei designs dass ihr entweder auf der einen seite eine andere farbe habt als auf der anderen oder so wie bei meinem stoff den ich jetzt für mein kleid hier verwende auf der einen seite union auf der anderen seite beispielsweise mit eingewebten glitzerfäden wichtig für uns ist ja primär wie wir das zeug verarbeiten und wichtig in dem zusammenhang zu wissen sind vor allen dingen zwei dinge nämlich zum einen dass musselin unfassbar stark einläuft also bis zu 30 prozent und sehr sehr stark ausfranst ihr solltet beim kauf also schon darauf achten dass ihr etwa 30 prozent mehr kauft als ihr normalerweise kaufen würde denn das zeug wird euch einlaufen das andere ist dass ihr diesen stoff auf jeden fall vor waschen müsst müsst ihr sowieso weil ihr dann diese krinkel optik bekommt und weil wir den stoff gekrinkelt zuschneiden werden aber eben auch damit das ein lauf thema vor der verarbeitung passiert und nicht wenn ihr etwas genäht habt und es danach einläuft wascht den stoff so vor wie ihr das später daraus verarbeitete stück waschen werdet also wenn ihr daraus ein halstuch näht oder ein stilltuch für euer kind und ihr sagt okay stilltuch da wird darauf gespuckt das werde ich auf jeden fall bei 60 grad waschen oder vielleicht sogar kochen dann macht das in der vorwäsche auch wenn ihr daraus ein kleid näht und ihr sagt okay das kommt hinterher in die 40 grad buntwäsche dann wascht den stoff bei 40 grad vor was ihr nicht tun solltet ist das zeug in irgendeiner form in den trockner zu geben und verbindet bitte keinen weichspüler wovon ich auch abraten würde wäre den stoff später zu bügeln denn wie gesagt dann machen wir uns diese krinkel optik wieder dahin das krinkeln ist ja nichts anderes als dass diese fasern sich so ein bisschen zusammenziehen und wir wollen den stoff später auch genauso zuschneiden weil wir ihn ja so vermutlich später auch tragen werden wenn wir den bügeln und damit alles plätten und dann so zuschneiden später waschen krinkeln ist das gleiche wie einlaufen wollen wir nicht so da der stoff wie erwähnt unfassbar stark ausfranst könnt ihr euch überlegen ob ihr die ränder schon vor dem vorwaschen einmal mit der overlock oder der nähmaschine versäubert damit ihr nicht schon beim vorwaschen diese ausfransthematik hat wem das nicht ausmacht da hinterher irgendwie zwei zentimeter ringsrum weg schneiden zu müssen der lässt das bleiben und spart sich die arbeit aber es macht möglicherweise sinn ihr müsst auch nicht wenn ihr jetzt zwei meter stoff gekauft hat und zwei meter lange strecke abnehmen ihr könnt das gefaltet einmal durch die overlock schießen einfach dass die offenen kanten versäubert sind dann franz euch in der maschine nichts aus bitte nicht in den trockner das hatte ich schon erwähnt beim trocknen auch ein bisschen darauf achten wie ihr das ganze trocknet wenn ihr das jetzt auf die wäscheleine klemmt und da wäscheklammern rein macht diese abdrücke von den wäscheklammern die kriegt ihr hinterher auch nur schwer wieder raus weil wir ja den stoff nicht bügeln wollen also guckt dass ihr das ganze vielleicht möglichst flach auf den wäscheständer drauf legt dass das in ruhe trocknen kann ohne irgendwelche abdrücke zu kreieren so unseren fertig gewaschenen und folglich jetzt krinkelinge stoff schneiden wir dann gekrinkelt zu kreide funktioniert dann nicht so gut wie trick marker da müsst ihr ein bisschen ausprobieren aber weil der stoff eben stark ausfranst müsst ihr damit rechnen dass ihr jedes schnittteil außenrum versäubern müsst entweder an der overlock oder an der nähmaschine und es empfiehlt sich eine großzügige nahtzugabe zuzuschneiden mein lieblingsthema bitte bitte macht euch bewusst dass eine große nahtzugabe zuzuschneiden nicht bedeutet dass ihr an irgendeiner anderen stelle näht als euer schnittmuster das vorgibt wenn ihr zwei zentimeter zugabe zuschneidet müsst ihr auch zwei zentimeter vom rand entfernt nähen wenn ihr einen zentimeter zuschneidet müsst ihr einen zentimeter vom rand entfernt nähen lange rede kurzer sinn wir brauchen eine große nahtzugabe weil der stoff dazu neigt auszufranzen weil wir nicht nur eine naht setzen werden sondern eine versäuberung und ein bisschen platz lassen wollen falls da irgendetwas passiert alles zum thema nahtzugabe wie sie gedacht ist wie man sie zuschneidet und auch näht so dass der schnitt von kleidung nicht verändert wird erkläre ich euch sehr sehr ausführlich in diesem video bitte bitte seht es euch an so ich versäubere die ränder in der regel an der overlock das nähen von kleidung mache ich bei musselin an der nähmaschine weil es ein nicht dehnbarer stoff ist und ich deshalb eine nicht dehnbare geradstichnaht bevorzuge man kann das auch an der overlock nähen wie haltbar das dann ist weiß ich nicht weil ich das so nicht mache es gibt glaube ich genug leute die euch sagen werden dass das geht es gibt auch genug leute die ganz normale baumwollwebware komplett mit der overlock nähen das geht alles immer irgendwie ich persönlich finde es sauberer wenn man musselin an der nähmaschine näht dann kann man eben die nahtzugaben auch auseinander klappen die ränder einzeln versäubern es wird dann auch nicht so dick ist meine präferierte methode müsst ihr ein bisschen selber gucken wie es macht an der nähmaschine stelle ich wie erwähnt einen normalen geradstich ein allerdings mit etwas höherer stichlänge in der regel bei mir so drei grundsätzlich empfiehlt es sich wie bei allen stoffen ein paar reststücke bereit zu halten und darauf zu experimentieren ihr werdet möglicherweise feststellen wenn ihr zwei lagen musselin mit einem geradstich vernäht auf einer stichlänge drei dass ihr noch den fußdruck reduzieren müsst oder die fadenspannung reduzieren müsst wie gesagt probiert darum nehmt euch die zeit euer nähwerk hinterher wird es euch danken euer erfolg wird größer sein wenn ihr das nicht beim nähen eures nähwerkes feststellt dass ihr noch irgendwas einstellen müssen sondern diese experimente einfach vorher machen ich verwende zum nähen eine universalnadel in 75er oder 80er stärke damit bin ich bisher ganz gut gefahren und wie gesagt das a und o ist vorher auszuprobieren und zwar bei musselin vor allen dingen weil der eben relativ leicht gewebt ist und nicht sehr fest probiert vor allen dingen auch aus mal rundungen zu nähen an der nähmaschine und eine strecke quer zum fadenlauf denn das sind die strecken bei denen sich der stoff am ehesten verziehen wird wenn zum beispiel euer nähfußdruck zu stark ist wenn ihr daran nicht allzu viel ändern könnt an eurer nähmaschine probiert das aus wenn ihr feststellt dass in den rundungen oder eben quer zum fadenlauf sich der stoff doch arg verzieht und hinterher welt was wir ja nicht wollen dann besorgt euch ein nahtband bügelt das auf die ränder auf dann habt ihr dieses problem eliminiert so das war es von meiner seite zum thema musselin beschafft euch welchen wenn ihr nächste woche schon direkt anfangen wollt und mit mir dieses sommerkleid anfertigen möchtet ich freue mich in jedem falle wenn ihr das tut abonniert am besten den mommy make kanal und aktiviert das kleine glöckchen dann informiert euch youtube wenn hier neue videos online gehen und ihr verpasst nichts davon ich freue mich wenn ihr wieder reinschaltet ich freue mich wenn ihr dann das musselin sommerkleid mitnäht und sage tschüss bis zum nächsten mal